Wer kommt es? Mensch Katze, jetzt verpiss dich mal! Menschens Kinner! Ja, die Katze ist heute sehr nervig. Hört man! Ja, die macht heute den ganzen Tag. Jedes mal, wenn's irgendwie... Ich sag mal... Ja... ...entscheidend wird in einem Spiel. Dann kommt sie an und... ...macht Sachen. Die Sachen machen. Sie macht Sachen? Ja. Hab ich drei Zombies bis zum Lager mitgeschliffen? Ich muss auch schnell die Tür aufmachen. Jawoll! Kann ich reingehen? Das ist es definitiv nicht. Das ist es auch nicht. Hä? Ja, da guckt ihr jetzt... Oh, ich brauch Pankilas. Da guckt ihr jetzt doof, hm? Ich guck grad ein bisschen doof. Ich guck grad ein bisschen. Alter Zomi, du schreist wie drei! Hahaha! Speedpack! Du hast du... Nix! Also wenn's wenig ist, dann muss es auf der anderen Seite sein. Wenn's wenig ist, dann muss es auf der anderen Seite sein. Wie gesagt, da geht auf jeden Fall ne Schiene raus. Ich mein, das wär nur auf einer Seite so. Nee, ich hab eins gefunden, dass es das... ...das Problem daran ist nur... Ich muss mal gucken... Was ist das das? So... ...den Endless Pack mal rausnehmen. Ich habe aber zum Glück noch einen. Meine nur an M1911. Hab ich ja... keine G17 mehr. Obwohl er doch die... den ganzen Endless Storage Box aber keine Magazine mehr dafür. So... Aber mir fällt grad auf. Mir fällt grad auf. Ich hab... Ich hab ja gar keine Tools mehr. Ah, die haben mir alle Tools geklaut. So war die Flashlight. Oh, Zombies. Geht mir nicht auf den Sack. Ja. Mir einher gekommen, um was zu trinken. Ja, das ist das hier, aber... Die haben's verschwinden lassen, glaub ich. Ja, das ist das hier, aber... Hier ist deins. Ah, nee. Hier war das. Kannst du direkt neben meiner Leiche der Eingang? Ja. Hier muss es gewesen sein. Ja, weil da hab ich auch nichts gesehen. Wenn die Zombies mich mal nicht so abfacken würden... Könnt ich... Ich war... Ich bin auch die ganze Zeit mit Zombies da rumgelaufen. Oh, lass mich doch mal gehen. Also, ich mein, das wär das... Der Komplex gewesen, wo, ähm... Die Garagen in der Mitte standen. Ja, der war meine Leiche. Ja. Aber, äh... Weil den SUV hast du gesehen, oder? Ja, den haben die aber nicht bewegt. Weil... Als der schon so stand, bin ich ausgestiegen, bin ich auf der anderen Seite vom Haus rausgekommen. Was? Ja. Den haben die nicht bewegt. Ich hab den noch gar nicht... Ich bin doch nur bis... Da hingefahren, wo meine Leichen lag. Der ist weitergerollt. Der ist weitergerollt. Der ist weitergerollt. Ja, der ist weitergerollt. Ich dachte schon so... Ich seh dich nur so rausfliegen, ne? Und auf einmal... Es ging einfach nur weiter. Und ich so... Ja, scheiße. Ich will aussteigen, ne? Okay. Interessant. Also, der ist fleißig weitergerollt. Den haben die nicht mehr bewegt. Ja. Toll. 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 Sehr gut. Sehr gut. Lauf! 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 Lauf, Mädchen! Lauf! Kommel! Wieder frisch aufgetankt. Äh... Hilft es was, wenn ich mich so lange in den SUV setze in den anderen? Hörtest du, ja. Die Zombies treffen dich ja nicht. Dann setze ich mich da mal so lange rein. So, wir haben jetzt meine Laufautomatik. Hey, der ist ausgebrannt. Yay! Oh. Ich lauf dann mal ne Runde, ne? Du kannst ja zum Industrial kommen, ist ja direkt da. Da läufst du mir quasi eh entgegen. Ich muss erstmal abschätzen, wo das jetzt genau ist. Hm, die Straße rein, wo meine Leiche liegt quasi. Einfach nur weiterlaufen. Oh. Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, wo ich bin. Du kannst doch noch nicht so weit weg sein, dass du nicht weißt, wo das ist. Ich bin auf den Plan gelaufen und sobald ich auf großen Geländen bin, hab ich keine Orientierung mehr. Du siehst doch die Kirche mit dem Golddach. Du siehst doch die Kirche mit dem Golddach. Zwei Kirchen. Ähm. Ne, ich bin jetzt am Krankenhaus. Am Krankenhaus. Okay. Komm ich zum Krankenhaus. Boah scheiße, der Helikopter kreist hier immer noch. Das sind bestimmt die Penner. Naja, ich glaub es auch. Aber auch die vermuten, dass sie mich schon gesehen haben. Hey, sie schießen auf irgendwas? Auf dich? Nein, aber auf den Heli, der neben dem Krankenhaus steht. Oh, sind die blöd. Heli, das kann man nicht durch Schüsse kaputt machen. Ist du das da vorne? Ja. Hallo. Huch. Warum bist du jetzt verschwunden? Ich bin in den Seiteneingang gelaufen. Ich dachte wir verschanzen uns jetzt am Industrschwilden. Das bräzige Leute, ey. Helis kann man nicht durch Schüsse töten, ihr Freaks. Sagt doch. Alkohol und Schmerzmittel. Na, Noobs und Degastheniker. Wie ich schon gesagt hab. Bestätigt sich alles. Das einzige was man kaputt schießen kann, ist der Main Rotor. Und der ist im Standard Zufall eh kaputt. Also bringt das gar nichts. Also ich bin jetzt in einem Industrschwild drin. Und hör den Helikopter auch nicht mehr. Ich hör auch keinen Helikopter, ich komme. Ich hab einen Reinforcing gefunden. Ich glaub ich hab sogar noch nen Sack Zement in meiner Tasche. Oh, Toolbox. Da hinten ist es komplett. Da ist wieder eine Toolbox. Ich kann also wieder basteln. Was ist das? Nee. Wieso? Was willst du denn essen? Was würdest du denn essen wollen? Hatschu! Hatschu! Auch wenn die wiederkommen, ey, dann kriegen die jetzt erstmal gleich einen Schuss zwischen den Augen. Mach das. Du bist der Pilot, ey. Und dann schmieren die alle ab. Und dann steht da so. Bam, bam, bam! Fünf Leute getötet durch Maggans. Leider nicht, weil die anderen ja durch den Unfall sterben quasi, weil kein Pilot wer da ist. Aber trotzdem. Ja cool. Und da versuchen im fallenden Heli noch was abzuschießen. Beziehungsweise ein Kommilitone von mir würde jetzt wahrscheinlich sagen. Was hast du für ein Problem Helis? Können doch nicht abstürzen. Wir müssen auch nicht ohne Pilot. Nee, Pilot brauchen sie schon. Wir brauchen nicht unbedingt einen Motor, aber... Pilot wäre dann auf jeden Fall angebracht, wenn man keinen Motor mehr hat. Oder dieser nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Okay. Ich wollte grad wieder die Treppe runter gehen und... Es können nicht abstürzen und so. Naja. Oh, stimmt. Ich hab ja auch gar keine Headset. Pilot. Pilot ist absolut überflüssig. Ja. Wird total überbewertet. Wir haben vieles im Leben. So. Oh, ich hab schon ein Messer. Wollen wir sie mal da hinlöcken? Ich lauf mal zurück zum Camp. Und los. Da ist ja auch noch ein kleiner Rucksack. Nee, Alice Pack hab ich ja auf dem Buckel. Das ist nicht das Problem. Ich hab schon wieder, äh... Oh, Mann. Ich sollte mich auch mehr am Chat beteiligen. Aber es gibt leider keine Autorun-Taste. Sodass ich einfach grad auslaufe dabei. Das wär's doch, oder? Was? So, da wollen wir mal schauen. Oh. Das geht nicht ohne weiter. Painkillers. Das geht nicht ohne Painkillers. Das geht nicht ohne Painkillers. Aha. Da ist der Helikopter schon. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn auch gehört. Ja, das bin ich ja weit genug weg. Loops. Sehr gut. Auto-Troll-People. Oh. Hast du Marton das überhaupt gelesen? Ist das Oh Shit ein Helikopter? Ja, ja, es steht da sogar noch. Ja, weil ich, äh... den Warning gekriegt hab wegen dem Wort Shit. Nee, nee, bei mir steht das noch so. Jetzt ist es weg. Ja, gut. Nee, hätte ja sein können so. Na, Motto, äh... Ich hab den Helikopter immer noch. Ach, Kacke. Ich hatte die ganze Zeit Schmerzmittel dabei. Ich passi. Am Anfang bekommt man sowas, ja. Ja. Beide Industriegebäude sind eigentlich voll für'n Arsch, was... die Publiken der Stadt angeht. Äh... Was hab ich denn noch mit? Was hab ich denn noch mit? Was? Gesundheit. Das ist das zwar nicht lecker, aber ich sag trotzdem mal Danke. Haha. Ich weiß, dass du das nicht warst. Ja, das hätte sich etwas anders angehört. Wär das dann geworden. Ich glaube, meine Katze ist etwas genervt. Jeder, zu dem sie geht, schubst sie nur runter und sagt, ey! Nicht jetzt! Fuck! Oh, mein Handy ist aus. Warum ist mein Handy aus? Das war zu viel für mein Handy. Ja, dann komme ich auch mal wieder zum Camp. So, oh, so schön rund auf einmal alles. Was könnte ich denn mal als Primary mitnehmen? Den Heli habe ich ja auch erfolgreich vertrieben. Fühlt sich gerade bestimmt nicht gut. Einfach nur dadurch, dass ich übelst getrobbelt habe. Passiert. Oder die scannen gerade systematisch alles durch da. Ich glaube, das war so, dass die gelandet sind. Und jetzt...